Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Fokus Der Fokus am Montagabend am Mikrofon ist Dominik Diller. Wahrscheinlich gibt es keinen Gott, sagen die Schweizer Freidenker und hängen die Plakate auf mit dieser klaren Message. Andere sagen, wenn ein Gott, dann aber bitte uns und kämpfen ebenfalls mit Plakaten gegen neue Minarete. Es wird von Plakaten gepredigt in der Schweiz, dass man manchmal fast ein bisschen vergisst, dass immer mehr Leute ohne Religion leben. So wie mein Gast heute Abend im Fokus, Michael Schmidt, Salomon, Philosoph, Schriftsteller, laut dem deutschen Magazin Spiegel, Deutschlands Chef-Atheist. Und wir wechseln jetzt selbstverständlich ins Hochdeutsche. Michael Schmidt, Salomon, ich habe es in der Einleitung gesagt, es wird von Plakatwänden gepredigt wie noch nie. Das fällt zumindest in der Schweiz auf. Man bekommt fast ein wenig den Eindruck, wir befinden uns in einem Glaubenskrieg. Sind wir das? Na gut, es gibt einen Wettbewerb darum, wie Gesellschaft organisiert werden soll. Und daran beteiligen sich religiöse Menschen und nicht-religiöse Menschen. Ich halte die Kampagne der Schweizer Freidenker für gut, denn es ist wichtig, dass Menschen, die nicht-religiös empfinden und denken, merken, dass sie nicht alleine sind. Also da ist wahrscheinlich kein Gott, also sorge dich nicht und geniesse das Leben. So geht das ganze Plakat. Sie sagen, es ist eine Gegenreaktion auf die vielen christlichen, auf die biblischen Plakate. Und ich sage jetzt mal an dieser Message, der Freidenker ist ja eigentlich nichts auszusetzen, aber ist es denn wirklich nötig, dass jetzt auch noch die Freidenker missionieren? Die Freidenker, welche genau dafür einstehen, dass jeder denken darf oder soll, was er will. Klar, das wirkt wie ein Widerspruch, aber es ist wichtig, dass Menschen sich trauen in der Gesellschaft, ihre Position zu artikulieren. Und das fällt nicht-religiösen Menschen oft schwer, denn sie werden einfach konfrontiert mit einer Gesellschaft, die medial zumindest sehr religiös wirkt. Und so glauben viele Menschen, die eben nicht-religiös sind, dass sie alleine sind. Und das kann man nur verändern, indem man sichtbar macht, hallo, es gibt auch uns. Jenseits der Religionen gibt es Positionen, die sind gut begründet und die führen vielleicht auch zu einem besseren Zusammenleben im 21. Jahrhundert. Also Sie antworten mit den gleichen Mitteln wie Ihre Gegner sozusagen. Geht nicht anders. Wir leben halt in einer Mediengesellschaft und wer sich nicht äussert, wird nicht gehört. Und das können konfessionsfreie Menschen natürlich feststellen. Sie sind in den Medien, wie auch in der Politik, eigentlich nicht repräsentiert. Und deswegen muss man dann doch durchaus manchmal auch etwas lautere Töne anschlagen. Es gibt aber trotzdem auch Leute, die sich grundsätzlich von all diesen verschiedenen religiösen, weltanschaulichen Ideologien belästigt fühlen, die sich vielleicht sagen, lass mich doch bitte einfach in Ruhe, lass mich selbst entscheiden, an was ich glauben soll oder eben nicht. Was sagen Sie denn denen oder was versprechen Sie sich denn von solchen Plakataktionen? Natürlich, jeder Mensch soll entscheiden, aber er muss ja auch wissen, welche Angebote gibt es eigentlich. Und bisher ist es ja nicht so, dass die Schweizer Freidenker jeden Tag im Fernsehen sind und jeden Tag im Radio. Auch die Rundfunkräte werden hier nicht von Freidenkern besetzt sein, sondern von religiösen Institutionen. Die Freidenker nehmen auch keine Kirchensteuer. Also es ist sehr wichtig, dass man sich dann artikuliert. Es gibt eine Übermacht in den Institutionen. Und ich glaube, dass das nicht mehr dem entspricht, was die meisten Menschen denken. Das ist ein entscheidender Punkt und deswegen muss man diese Position einfach auch stark machen, damit die Leute eben auch den Mut haben, sich zu outen. Das ist gewissermassen wie in der Schwulenbewegung vor einigen Jahrzehnten. Jetzt sitzt eben so ein Freidenker im Schweizer Radio, der sich sagt, in modernen Gesellschaften muss es möglich sein, Religionen zu kritisieren, zu hinterfragen. Und zwar alle Religionen, auch den Islam. Im Moment macht das in der Schweiz auch die SVP mit ziemlich, soll ich sagen, furchteinflößenden Anti-Minaret-Plakaten und findet sich damit dann natürlich am politischen rechten Rand wieder. Ginge das auch anders? Es muss anders gehen. Also hier in der Schweiz gibt es ja auch den Zentrat der Ex-Muslime, der eben von Betroffenen gegründet wurde. Also Muslime, die sich aus dem Islam oder vom Islam losgelöst haben. Richtig, was ein todeswürdiges Verbrechen ist in der Perspektive sehr orthodoxer Gläubiger. Und das ist sofort eine andere Perspektive. Während man nun der Minaret-Initiative unterstellen kann, dass da auch Fremdenfeindlichkeit mitspielt, kann man das natürlich bei Migranten machen. Nicht machen, die eben aus diesen Ländern kommen und die natürlich auch andere Ziele haben. Beispielsweise eine bessere Asylpolitik, auch hier in der Schweiz. Das ist ja interessant. Also diese Ex-Muslime, die es in der Schweiz auch gibt, die stimmen ja eigentlich zuweilen die gleichen harten Töne an wie die SVP. Vor allem zum Beispiel einen Baustopp für Moscheen. Nun, die Erfahrung dieser Menschen, die sollten wir berücksichtigen in einer Demokratie. Denn sie wissen, dass sich eben, dass der Islam nicht nur eine Religion ist, sondern auch eine politische Bewegung. Eine politische Bewegung, die gerichtet ist gegen die Errungenschaften der Moderne. Und das muss man kritisch thematisieren. Insofern ist die Minaret-Initiative, auch wenn ich ihr nicht zustimmen würde, meines Erachtens sehr wichtig für die politische Debatte. Denn man muss darüber streiten, ist der Islam schon aufgeklärt genug, dass er gewissermaßen die Privilegien anderer Religionsgemeinschaften erfahren darf. Nicht das Minarett ist das Problem, sondern diese aufgeklärte Form des Islam, der eben die Gleichberechtigung der Frau nicht akzeptiert und der auch ganz gezielt auf Parallelgesellschaften hinarbeitet. Das muss man einfach auch thematisieren. Das Ganze zeigt ja eigentlich auch, dass das Thema Religion grundsätzlich an Intensität gewonnen hat in den letzten Jahren. Sind denn jetzt all diese medialen oder politischen Debatten, die geführt werden, eher ein Anzeichen auf ein Revival der Religionen oder sind sie einfach eine Reaktion auf unsere religiös durchmischten Gesellschaften? Es ist hauptsächlich eine Reaktion auf Pluralität. Also Durchmischung? Durchmischung, Vielfalt in der Gesellschaft, aber natürlich auch eine Reaktion auf den Fundamentalismus, der natürlich stärker wird. Das muss man sehen. Einerseits werden gerade hier in Westeuropa die Gesellschaften immer säkularer, immer weltlicher. Die Menschen orientieren sich mehr an Wissenschaft, Philosophie, Kunst als an Religion. Religion hat an Bedeutung verloren. Gleichzeitig ist man aber konfrontiert mit Bevölkerungsgruppen, die sehr, sehr religiös sind, die ihr ganzes Leben ausrichten auf Religion. Und das schafft natürlich Konflikte. Wir laufen auf ein Jahrhundert der Glaubenskriege zu. Das haben Sie kürzlich gesagt. Und je fundamentalistischer eine Religion ist, desto mehr Anhänger hat sie. Das klingt wenig optimistisch und passt ja irgendwie auch nicht in ein modernes Weltbild. Wieso funktioniert denn jetzt, ich sage mal, eine liberale Religion nicht? So ein bisschen Gott oder Religion Leid. Wieso muss es immer gleich mit Hölle und mit ewiger Verdammnis oder ewigem Leben enden? Man muss ja feststellen, zunächst mal hat ja Religion Leid eine Zeit lang funktioniert. Hier in Westeuropa vor allem. Wir haben also nicht nur Cola ohne Zucker, sondern wir haben auch Christentum ohne Hölle und Teufel. Aber das Problem ist, dass die Geschichte, die man gewissermaßen als aufgeklärter, liberaler Priester erzählt, nicht so wirklich spannend ist. Ein Elfmeterschießen ohne gegnerische Mannschaft ist nicht spannend. Und Jesus ohne gegnerische Mannschaft, also ohne, dass der Teufel antritt und die finsteren Mächte des Bösen ist keine wirklich spannende Erzählung. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe dafür, warum die Fundamentalisten so zulegen. Denn sie haben eine Geschichte zu erzählen, die noch in sich eine Bedeutung hat. Während liberale Theologen, so wie wir das vom Wort zum Sonntag jetzt in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es das hier in der Schweiz auch gibt. Das gibt es. Die haben so eine Theologie der Leerformeln mit zwei E. Also es ist leer. Die klingen irgendwie religiös, aber die meinen das gar nicht mehr. Ich habe schon viele Theologen getroffen, die reden von Auferstehung, aber die meinen gar nicht die Auferstehung von den Toten. Die reden von Dämonen, aber sie meinen nicht wirkliche Dämonen, sondern das sind gewissermaßen Metaphern für innerseelische Konflikte. Und das ist halt eine sehr unklare Sprache, ohne wirkliche Bedeutung. Im Prinzip sind es getarnte Humanisten, die so einen religiösen Akzent haben. Aber das ist nicht mehr so wirklich überzeugend. So ein weltanschaulicher Flickenteppich zieht die Menschen einfach nicht an. Also. Vielen Dank.